In den letzten Wochen hast du von uns Ausschnitte aus den Junk-Q G-Sau-Sektionen gesehen. Jetzt fangen wir mit der Pew-Gee an. Wir zeigen wieder ein paar Beispielanwendungen vor in jedem Video und am Ende zeige ich dann immer eine solche Anwendung genau vor. Heute geht es vor allem um diese Pew-Sau-Bewegung hier. Falls dich diese Art von Videos interessiert, dann gib uns wieder einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Aber jetzt lass uns loslegen. Ja, wie versprochen, jetzt schauen wir uns eine solche Sequenz genau an. Und zwar gleich die erste, dass wir wirklich lernen, richtig anzugreifen. Und jetzt in diesem Video haben wir es eben vereinfacht gemacht. Der Gegner steht einfach nur so da, also der Trainingspartner, und wir können unsere Angriffe durchziehen. Und jetzt macht er überhaupt nichts. Er blockt nicht, er drückt nicht raus, sondern er steht einfach so da, Trainingsmäßig jetzt einfach, dass wir das üben können. Und ich mache hier diese Bewegungen. Also die erste Pew-Sau, die zweite Chainsaw, noch ein Pew-Sau. Und ganz ganz wichtig bei der Pew-Gee eben, ich mache nicht das, dass ich hier in einer Linie frontal nach vor gehe und das mache. Bei der Pew-Gee sind wir immer leicht in der Flanke. Das heißt, ich gehe hier raus, bin in der Flanke, weil ich bin dann weiter weg von dieser anderen Hand. Das ist hier ganz ganz wichtig. Also ich gehe hier raus, mache jetzt keinen solchen Packsau, sondern lege einfach hier so diese Schiene, kann dann hier drüber die erste Pew-Sau machen. Hier auch Ellenbogen wichtig, ich mache nicht das, sondern hier, ich decke schön ab. Haare hier schon angegriffen, kann jetzt hier aufmachen und die andere Hand startet bereits. Eben genauso hier wie in der Pew-Gee Form. Ich gehe hier raus, mache das hier, diese Hand ist auch hier. Jetzt ziehe ich ab. Zweite Pew-Sau-Bewegung und jetzt zum Beispiel, ich wechsle hier die Flanke, gehe hier rüber mit Chainsaw, Decke hier wieder ab und letzter Pew-Sau. Also, eins, zwei, drei und vier. Ganz langsam. Eins, zwei, drei und vier. Einmal von der anderen Seite. Eins, zwei, drei und vier. Eher so. Ja, also ich bin wirklich jetzt hier, ich gehe nicht frontal nach vorne, mache das, sondern ich bin hier immer leicht in der Flanke, weil er tut sich hier viel schwerer mich zu treffen, wenn ich hier schön in die Flanke gehe, greife hier bereits an. Hier habe ich auch abgedeckt, der kommt gar nicht richtig drüber. Also ich mache hier nicht nur das, sondern ich habe hier schön abgedeckt. Und jetzt wechsle ich die Seite, hier mit Chainsaw noch ein Pew-Sau. Also wirklich ganz, ganz wichtig, in die Flanke gehen. Hier schön rausgehen. Hier auch wie in der Form. Sichern die Hand ab. Von hier starte ich. Hier reiße ich auf. Dann wechsle ich die Seite. Und eben genauso, wie in der Form, wenden wir die Pew-Sau-Bewegung an. Ja, falls dich die Pew-Gee mit allen Anwendungen und Sektionen interessiert, dann schau einmal bei unserem Mitgliederbereich für Windchung vorbei. Ich werde diesen hier unter dem Video in der Beschreibung verlinken. Schau einfach einmal rein. Und nicht nur die Pew-Gee ist natürlich dort, auch die Junkie mit allen Sektionen und Anwendungen. Und wir haben auch etwas mit der Holzpuppe dabei und alle Schülerprogramme. Schau dir das einfach einmal an. Ich denke, das ist für einige sehr interessant.